So, willkommen zurück zu The Room 3. Sagen wir einfach mal, der Raum Nummer 3. Dann machen wir hier mal weiter. So, wo sind wir stehen geblieben? Auf dieses Modell gehört wohl noch ein weiterer Abschnitt. Okay, ah, warte mal. Was ist denn das hier? Können wir das hier benutzen, ne? Na, können wir hier irgendwas benutzen, ne? Nicht, weil ich jetzt wüsste. Was haben wir denn hier oben? Achso, nochmal die gleiche. Aber da kann ich auch... Nix machen. Okay, und das hat sich glaube ich hier auch schon komplett erledigt. Das wollen wir mal schauen. Ich glaube, das hat sich komplett erledigt hier. Können wir denn hier oben noch irgendwas machen? Hier ist eine Tür, aber da können wir auch nichts machen. Ja, hm. Der Name dieses Turms wird der Weg weisen. Wenn ich wüsste, wie der Turm heißt. Hnm glaube ich nicht. Das kann... Alles mögliche sein. Oh, keine Hinweise hier irgendwo. Wo bin ich? Aha. Das Pyre-Feuer hat schon seit vielen Jahren nicht mehr gebrannt. Schiffe brauchen kein Leuchtfeuer, um sie von diesem Ort fernzuhalten. Doch Abenteurer wie wir benötigen der der Hinweise, um den Weg zu finden. Ein Licht in der Düsternis. Finster ist der Weg vor uns. So finster, dass ihn selbst ein Blinder sieht. Der Meister. Der Pyre. Warte mal. Der Pyre. Das kann hinhauen. Der Pyre. Wir müssen versuchen, dass wir da irgendwie das Pyre... Da hinten kommt ein E hin. Okay. Pyre. Y haben wir auch. Hier war ja. Können wir das hier irgendwo verstellen? Irgendwie? Nee. Nee, können wir nicht. Also Pyre. Dann müssen wir versuchen, das Y da irgendwie zu bekommen. So, das P hätten wir schon mal. Hier brauchen wir das R. Gucken, wie wir... Nee, ist das M? Ja, 3 mal P wahrscheinlich. Dann versuchen wir mal das E. Warte mal. Pyre hat er mal dann... Kommt jeder der R hin? Naja, shit. Scheiße, ich war nicht da. Ah, ich brauche nicht R. Da ist jetzt Y. Mann, wie komme ich denn da hin? Mann, diese verfluchten Rätsel Pyre. Oh, er kriegt nicht schon mal das R hin, ey. Hier geht es über den R, aber... Ja, ja, moin. Boah, alter. Mann. 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 Leute, kommt schon. Ja, super, genau das brauche ich da, ey. Oh, genau umgedreht, ey, Leute. Wieso bekomme ich das eher nicht da hin, ey? Er kriegt die Krise, ey. So, jetzt das E. Dankeschön. Mann, oh Mann, oh Mann, ein eingeschnitzter Holzbogen. Boah, meine Güte, ey. So, wo kommt denn das schöne Teil hin? Kommt denn hier hin? Eventuell. Ne, warte mal. Hier, kann ich mir nicht vorstellen, ne. Ein weiterer Abschnitt, ja, wie öffne ich diesen Abschnitt, oh Mann. So, wo kommt das hübsche Teil hin? Warte mal, das kann ich ja hier nicht benutzen, warte hier, ne. Und der hier, auch nicht. Alter, wo kommt denn dieses Teil hin? Das ist ein geräuscher, ein geschnitzter Holzbogen. Ja, und wo kommt der hin? Hier bestimmt. Mann, ist ja nicht mehr normal, ey. Mann, ist ja nicht mehr normal, ey. Aha, okay. Das müssen wir mit ihnen mal... Wie ist denn das gemeint, bestimmt mit ihnen mal durchziehen, ne. Oh, Mann, oh Mann, äh da. Da geht er gar nicht auf, ey. Oh, ist das eine Scheiße, Alter. Oh, ist das eine Scheiße, Alter. Ey, wollt ihr mich verarschen, ne. Ey, wollt ihr mich verarschen, ne. Ah, ich muss mir einige dieser Pfeiler hinter dem Torbogen des Steinkreismodells genauer ansehen. Pfeiler, ja. Ja, hm. Was bringt das? Das heißt, ich muss das so zeichnen, oder was? Geh doch mal da rein, ey. Ach, du Scheiße, Alter. Mein, wer, woher soll man denn das wissen, ey? So, jetzt, äh, warte mal, so zack, 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 müsste man eigentlich... Warte, das war falsch. Ach so, ja, äh. Da lang. Ja, da ist doch richtig, oder? Oh, ich krieg die Krise, Alter. Mann, wer kommt denn auf so eine Idee, ey? Ne, das geht doch gar nicht. Na ja. Runter, da lang. Ach, ey. So, jetzt, da lang, da lang. Warte mal. Oh, endlich, ey. Hm. Alter, das sieht auch ein bisschen krass aus, ey. So eine Art Viereck, ne, fast. Ach, das ist doch kein viel, ey, ey, das war... Na ja. Ach, Mann. Ach, Mann. Oh, ich bin so blöd, ich krieg nicht mal so eine Zeichnung da hin, ey. Na ja, so ein... Na ja, so ein... und das... Meine... Meine Friss, Alter. Ich krieg nicht mal so einen Scheiß. Mann, ey. Quer runter und dann Dreieck oder was, hä? Check ich nicht, alter. Nein, alter, Mann. Ich kann hier auch nix drehen, ich muss dazu machen. Ich krieg nicht hin, alter. Ey, ich krieg's nicht hin, alter. Mann, ist das belastend, alter. Machen wir das jetzt einfacher, alter. So, da kommt Kreiser. So, mal gucken, ob das funktioniert. Aber da ist doch nicht so ein... Boah, Mann. Hier runter, so. Boah, Mann. 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 Wie soll ich denn das hinkriegen? Mann, Alter. Check ich nicht, er ist nur zu hoch, ey. Ich habe keine Ahnung, Alter. Krieg ich nicht gewocken, Alter. Immer hafertet an so einer Scheiße, ey. Wie soll ich denn da? Ne, das krieg ich nicht hin, ey. Wo soll ich denn hier die Spitzen herholen? Links eine Spitze, rechte Spitze, oben eine Spitze und unten eine Spitze. Joelle war ich dann noch nicht. Wie soll ich denn hier paintings ausgehen? Wie soll ich denn da? Wie soll ich denn da? Ichsche mal einfach, wenn ich hier k Caesar empfie 1-2-2-3eامre eingefl storytelle? Die Spitze, wenn ich da Spenden, facts auch alles oder so, wie es entspricht. Mann, 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 ey. Das ist immer das Gleiche in den Spüren, ey. Was ist denn von hier aus, oder was? Boah, das ist mir zu hoch, ey. Das ist mir echt zu hoch, ey. Also muss ich von hier ansetzen, oder was? Wenn ich die Form berühre, leuchtet ein Teil auf, ey. Ah, komm, leck mich, Alter, Mann, ey. Ja, ach, ne. War so schon die ganze Zeit, ey. Ey, wollt ihr mich verarschen, Alter? Äh, schick ich nicht. Pfff. Alter, was ist denn das hier? Alles klar, ey. Ey, da vermisst du fünf Stunden an, ne. Pfff. Schwierig, Alter. Ein Kreuz für eine Gefassung. Hier gehört sicher irgendwas hin. Ja, bestimmt nicht das hier, aber doch. Ach du Scheiße. Kann ich denn jetzt hier noch irgendwas machen? Okay, da kann ich anscheinend nichts mehr machen. So, was haben wir hier? Okay, da kann ich gar nichts machen. So, hier haben wir noch was. Kann ich auch nichts machen. Und den muss ich einfach nur drehen, war. Ja, ja. So, war das hier schon wieder falsch? Ähm. So, nochmal drehen. Ah, okay. Ein hölzernes Modellteil. Aha. So, und das können wir wieder... hier einsetzen. So, Wook Automatik können wir bestimmt... hier einsetzen. Rätsel über Rätsel hier, ey. Auf diesen Stand gehört wohl etwas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da blickst du ja gar nicht mehr durch, ey. So, Ziffernblatt haben wir am Start. Ah, die Symbole müssen wir uns bestimmt irgendwie... merken. Für diese Tür brauchte ich einen besonderen Schlüssel auch noch. Schlüssel, 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 Schlüssel. Wir setzen erstmal die Uhr ein. So, da können wir wieder durchgucken. Na, Alter. Okay, die verbirgt bestimmt auch irgendwas. So, was haben wir hier... Modellboot. Das war auch das Einzel, vermute ich mal, ja. Das können wir dann natürlich... vermute ich mal hier ruf... Ja, na klar. Das kommt da ruf. Und dann können wir hier so... Genau. So lang paddeln hier. Zack. So, auf geht's. So, was haben wir hier, ne Maus. Manchmal ist jetzt recht simpel, aber... Du kommst halt nicht ruf. Ein Schlüssel, wunderbar. Dann weiß ich schon mal, wo wir den einsetzen können. Und zwar... Müssen wir hier noch machen. Ich glaub, den könnten wir hier einsetzen, wa? Ist doch ein Schlüssel, wa? Ja, na klar. Aber können wir nicht einsetzen, ne? Okay. Was haben wir denn hier noch? Aha. Okay. Warte mal, das könnten wir... Für irgendwas ist das gut, ey. Aber ich kann nicht nur oben nach unten wahren, ne? Hm, dat hab ich noch nicht raus, ey. Können wir den echt nicht nach oben bewegen? Ach hier, okay. Aber was bringt mir das, ey? Das weiß ich nicht, ey. Das hab ich noch nicht raus, ey. Können wir den hier einsetzen? Ne. Auch nicht. Mann, wozu ist denn der Schlüssel, ey? In diesem Raum muss es neben dem Tisch noch und dem Bücherregal noch was... etwas geben, das ich untersuchen sollte. Bücherregal. Bücherregal. Wieso Bücherregal? Nehm den Bücherregal. Äh. Die Steinplatte. Wo ist denn hier ne Sch... Was denn für ne Steinplatte? Ach da, ich dachte... Ach da, ich dachte... Am Bücherregal. Eine Kugel auf einen Stand. Da können wir sie nicht einsetzen. Boah, für was ist denn die Kugel jetzt, ey? Ähm, für was ist die Kugel, ey? Die kommt bestimmt da oben ruf, ne, oder? Ja. Hier oben. Ne. Pfff, die Kugel, die ich gerade aufgenommen habe, lässt sich wohl drehen, ne? So, und da... Ah, ein Magnet, okay. Also müssen wir... wieder hier rein. Und der Magnet kommt dann wahrscheinlich... Da mit ruf. Ach ja, okay. Äh, ich würde mal sagen, wir machen hier erstmal Stopp. Und machen auf jeden Fall in der nächsten Runde weiter. Also haut da rein. Bis dann. Am Pandem. Am. 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 Am.